jo moin liebe leute und herzlich willkommen hier ist wieder euer silent ghost schön dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zu einer weiteren schnellen platin ja immer wieder sonntags ihr kennt das ganze von mir ja mein umzug ist erledigt ja ich sitze hier in meinem neuen streaming room ich habe soweit alles fertig gemacht damit ich heute für euch ein video machen kann allerdings wird das game hier nicht ganz einfach wir spielen hier wieder avoid them das hatten wir schon mal ist schon lange her diesmal ist es allerdings die challenge mode edition aber auch hier gibt es einen klitsch genau wie bei dem ersten teil ja bei der normalen version wir lassen uns erst mal von zwei kugeln treffen so dass wir nur noch ein leben haben und müssen dann darauf warten dass zwei kugeln nebeneinander kommen und die uns gleichzeitig treffen denn dann gehen wir quasi mit den leben in den minus bereich wie gesagt dasselbe spiel wie bei der normalen version avoid them ja nur allerdings dauert es hier ein wenig länger ich habe es jetzt eben mal versucht uns hat wirklich lange gedauert bis mal wirklich zwei bälle nebeneinander gekommen sind es war auch ein bisschen glück dabei ihr braucht ein bisschen geduld auf jeden fall und ja ich werde das ganze jetzt noch mal probieren während der aufnahme und ja es wird wahrscheinlich irgendwann ein cut drin sein bis ich es halt einfach hin bekomme bis der richtige zeitpunkt da ist und ja ich wünsche euch auf jeden fall viel glück bei dieser platin auf den sonntag leute ja wir starten einfach jetzt das spiel und schauen uns die geschichte mal an wie gesagt es ist definitiv nicht einfach so sieht das ganze aus da kommen die bälle wie gesagt ihr kennt das so jetzt habe ich mich hier zweimal treffen lassen jetzt müssen wir natürlich da waren sie gewesen ihr habt gesehen diese zwei bälle die jetzt da wo ich gestorben bin waren da müssen wir genau in der mitte sein und dann gehen wir quasi mit den leben in den minus bereich und dann sind wir unsterblich da können wir uns treffen lassen so oft wie wir wollen ich habe ein bisschen wie gesagt um Untertitelung des ZDF, 2020 So Leute, jetzt haben wir es hier geschafft, ja, das war jetzt wirklich Zufall, ihr habt es gesehen, ich habe da einfach gestanden, da sind zwei runtergekommen, die haben mich beide gleichzeitig getroffen und ihr seht jetzt oben links, seht ihr ja, mein Leben ist jetzt bei minus 6, minus 8, ja, ich kann jetzt getroffen werden, so oft wie ich will und jetzt, ja, können wir hier ganz entspannt die Platin holen, wie gesagt, wenn ihr die Geduld nicht habt, ja, das dann so mit dem Klitsch zu machen, könnt ihr es auch natürlich gerne normal versuchen, ja, aber ob da auch manche die Geduld dafür haben, ja, ich hätte sie nicht am Sonntagmorgen, bin ich ehrlich, ja, deswegen habe ich jetzt hier auf den Klitsch gewartet, er hat funktioniert, wie gesagt, ihr braucht ein Leben und müsst dann von zwei Kugeln gleichzeitig getroffen werden. Bei der normalen Version von avoid them, die damals rausgekommen ist, war das Ganze ein bisschen einfacher, ja, da ist direkt am Anfang sind direkt zwei Stück nebeneinander gekommen, ja, da war das also kein Problem, da musste man nicht so lange warten. Also, ihr braucht ein bisschen Geduld und auf jeden Fall ein bisschen Glück, ja, dass da genau zwei Stück kommen, ja, und dann läuft das hier, ja, also ich glaube, 30.000 Points brauchen wir übrigens insgesamt bei dem Ganzen hier. Und ihr seht, ich kann mich hier jetzt treffen lassen, so viel wie ich will, ja, ich sterbe jetzt nicht mehr. Also, wie gesagt, das hier ist die Version, ja, Challenge Mode mit dem Klitsch, wie gesagt, wer das ganz normal spielen möchte, darf das natürlich gerne tun, ja. So, sagen wir es schon gleich. So, 30.000 Points, ich glaube, das war es dann auch schon jetzt hier. Jawohl, da ist unsere begehrte Sonntags-Platin, Leute. Also, ihr seht, wenn ihr das normal spielt, da kommen schon ziemlich viele Kugeln, ja, da müsst ihr also wirklich gute Reaktionen haben, ja, auf den Sonntagmorgen oder ihr macht es halt ein bisschen später, ja, wenn ihr wach seid, ein paar Kaffee-Intus habt und dann läuft das hier, ja. Ja, Leute, dann war es das hier in dieser Stelle auch schon wieder von mir. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, liken, kommentieren und wenn ihr es noch nicht getan habt, abonnieren, Glocke aktivieren, damit ihr auch keine Videos mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal, macht's gut und Servus, Leute. Bis zum nächsten Mal, macht's gut.